Herzlich willkommen zu meinem kurzen Grundkompetenzen Video zu Windows 11. Heute geht es um Screenshots, die man hier anfertigen kann, nämlich mit Mitteln, die Windows 11 uns zur Verfügung stellt. Die einfachste Möglichkeit, um einen Screenshot zu machen, da weist man fotografiert einen Bildschirm ab, ist, wenn man unter Windows eine Tastenkommunation verwendet, nämlich die Tastenkommunation, Windows, Shift, also die Umschalttaste und F. Dann geht das hier oben auf auf der Oberseite und da kann man sich dann auswählen, welche Art von Screenshot man möchte, indem man jetzt einen quadratischen oder rechteckigen, je nachdem, zieht das hier auf, dann gehe ich hier rechts hin, da hat das hier und ich könnte das hier jetzt zum Beispiel weiter bearbeiten, ich könnte hier noch einen Pfeil zeichnen und könnte das Ganze hier nun zum Beispiel auch schon speichern oder in die Zwischenablage gehen, damit ich ein anderes Programm weiterarbeiten kann, dass ich eine E-Mail zum Beispiel hinein kopieren könnte. Damit das Ganze dann mit der sogenannten Drucktaste funktioniert, Drucktaste auf der Tastatur, muss ich das erst mal Windows einstellen, ich gehe ins Einstellungsmenü, das kann ich ja wiederum mit der Windows-Taste und der E-Taste machen, das geht hier auf und dann gehe ich auf Barrierefreiheit, das ist da hier unten, suche mir dann Tastatur, hier Tastatur und gehe dann herunter und hier bei Verwenden der Drucktaste am Bildschirm Ausschnitte zu öffnen, muss ich hier 1 eingestellt haben, damit das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert. Ja, wenn ich jetzt die Drucktaste drücke, geht dann ebenfalls dieses Menü auf und ich könnte jetzt hier von zum Beispiel einen Screenshot machen. Das war es schon und wir sehen uns sicherlich wieder im nächsten Video. Danke für deine Aufmerksamkeit.